In einem kleinen Königreich, das von dichten Wäldern umgeben war, lebte eine junge Prinzessin namens Serafina. Sie war bekannt für ihre Klugheit und ihre Liebe zur Natur. Serafina spürte, dass etwas im Wald nicht stimmte. Tiere verschwanden, Pflanzen verdorrten, und ein düsterer Nebel legte sich über das Land. Dieser Wald bewahrt das Herz unseres Königreichs. Ich muss herausfinden, was passiert ist, dachte Serafina. Sie sprach mit ihrem Vater, dem König, der zögerte, sie gehen zu lassen. Es ist gefährlich und du bist meine einzige Tochter. Aber Vater, wenn ich nichts tue, wird das Land sterben. Ich muss gehen, erklärte sie entschlossen. Schließlich stimmte der König zu und Serafina begann ihre Reise in den verzauberten Wald. Ihre erste Begegnung war mit einer alten Eule, die als Hüterin des Waldes bekannt war. Junge Prinzessin, der Wald stirbt, weil die magische Quelle, die ihm Leben gibt, versiegelt wurde. Du musst die vier verlorenen Kristalle finden, um sie wieder zu öffnen, erklärte die Eule. Voller Mut machte sich Serafina auf den Weg. Ihre erste Herausforderung fand sie im Tal der Dornen, wo sie einem riesigen, stacheligen Monster begegnete. Nach einem klugen Rätsel besiegte sie das Monster und erhielt den ersten Kristall. Dann kam sie zu den gefrorenen Seen, wo sie auf einen traurigen Wassergeist traf. Die Seen sind gefrohen und ich kann nicht mehr frei schwimmen, klagte er. Serafina nutzte ihre Intelligenz, um ein magisches Rätsel zu lösen, das die Seen auftaute. Sie erhielt den zweiten Kristall. Im Wald der flüsternden Bäume fand sie den dritten Kristall, nachdem sie die Ängste eines verängstigten Baums mit einer herzlichen Rede beruhigt hatte. Schließlich gelangte sie zum Berg der Winde, wo sie das Rätsel des Windgeistes löste und den letzten Kristall erhielt. Mit den vier Kristallen kehrte sie zur magischen Quelle zurück und platzierte sie in der vorgesehenen Reihenfolge. Die Quelle sprudelte wieder, der Nebel verschwand und der Wald begann zu heilen. Doch gerade als sie dachte, ihre Mission sei erfüllt, erschien eine dunkle Gestalt, der Schattenfürst. Du denkst, du könntest meinen Fluch einfach so brechen, zischte er. Ein heftiger Kampf entbrannte und Serafina setzte alle ihre erworbenen Fähigkeiten und Kristalle ein. Schließlich besiegte sie den Schattenfürst und befreite den Wald endgültig von seinem Fluch. Als sie ins Königreich zurückkehrte, wurde sie als Heldin gefeiert. Ihr Vater war stolz und die Menschen waren glücklich. Serafina wusste jedoch, dass ihre wahre Mission noch nicht vorbei war. Sie hatte die Verantwortung, den Wald und das Königreich für immer zu schützen. Und so wurde die Geschichte von Prinzessin Serafina, der Retterin des verzauberten Waldes, eine Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Also hatte sie es nicht nur Albert geworden. Vielen Dank.